Herzogin Meghan plant ein besonderes Thanksgiving-Wochenende in Kalifornien. Nach stressigen Monaten freut sie sich darauf, Gastgeberin zu sein. Meghan liebt es, in der Küche zu stehen und zu kochen. Ein Insider verrät gegenüber OK! Magazine, sie werden die gemeinsame Zeit ohne Ablenkungen genießen. Für Meghan und Prinz Harry ist Ruhe jetzt am wichtigsten. Auch ihre Kinder, Prinz Archie und Prinzessin Lilibet, sind eingebunden. Die Kleinen sind alt genug, um an den Traditionen teilzunehmen. Meghan möchte ihnen die amerikanischen Thanksgiving-Bräuche näher bringen. Der Insider berichtet, sie hat viele traditionelle Aktivitäten mit ihnen geplant. In letzter Zeit waren Meghan und Harry beruflich auf unterschiedlichen Wegen. Die ehemalige Suits-Darstellerin arbeitete an ihrer Kochserie für Netflix. Zudem bereitet sie den Start ihrer Lifestyle-Marke American Riviera Orchard vor. Prinz Harry konzentrierte sich auf seine Arbeit an den Invictus Games. Die Spiele finden nächstes Jahr in Kanada statt. Die berufliche Distanz sorgte bei Fans für Besorgnis. Nun wollen Meghan und Harry wieder mehr Zeit miteinander verbringen. Das lange Wochenende bietet die perfekte Gelegenheit dafür. Gemeinsam mit der Familie wollen sie neue Erinnerungen schaffen. Die gemeinsame Zeit ist ihnen wichtiger als alles andere. Mit traditionellen Aktivitäten wollen sie die Bindung stärken. Fans freuen sich, dass das Paar Zeit für sich findet. Die königliche Familie genießt das Fest im Kreis der Liebsten.